Das war jetzt gerade Fail und wenn es direkt am Anfang passiert, kann man ja einfach mal neu starten. Boah, vier Stück, ey. So muss es losgehen, Alter. So muss es auch weitergehen, vor allem. Stirb. Wäre auf jeden Fall voll nice, wenn es so weitergeht. Wie es gerade läuft. Konzentration. Okay, nicht schlecht. So weit, so gut. Boah, jetzt weicht der aus vor so einem Piss-Auto da. Gut, da hat der Power noch gereicht und hier reicht der nächste Power. Auch für den hier natürlich. Okay, 20 brauchen wir für drei Sterne. Nein! Ich will nicht, dass sowas schon wieder passiert. Ich will nicht, dass es wieder gut anfängt und schlecht aufhört. Ich will das nicht. Komm, Power, 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 Power. Äh, ja, Power. Nicht Boost. Bam! Beim ersten Versuch, ey, das haut doch rein. Ich mache natürlich noch weiter. Vielleicht schaffe ich ja noch ein paar. Äh, natürlich. Hui! Hm, 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 hm. Bam! Voll lahm. Okay, das war es dann. 23, das kann sich sehen lassen. Vor allem beim ersten Versuch. Nicht schlecht. Okay, äh, Lagerhaus. High-Speed-Vernichtung. Vernichte ein Fahrzeug mit über... Ja. Vernichte drei Fahrzeuge. Vernichte neun Fahrzeuge. Verursache zehn Fahrzeuge. Fünf. Achtzehn Fahrzeuge. Vernichte jemand... Vernichte jemand in der Luft? Wann haben wir das denn gemacht? Lol. 50 Meter fliegen, 100 Meter... Wow. Ist nicht schlecht, glaube ich. Ja. Ein Hot Food. Wieso kein Hot Dog? Ist doch Food und Hot. Aufgerissene Straßen. Geiler Name. Eine Runde gegen... In einer Runde zehn Plätze aufholen. Wow. What ein fettes Ding. Boah, den nehm ich. Den nehm ich auch in schwarz. Steht dem Wagen. Wenn die brüllenden Motoren die Bürger in diesem Teil der Stadt nicht aufwecken. Punkt, Punkt, Punkt. Oh ja. Oh man, ich wollte den da so schön gegendrängen. Ah. Okay, Eisenbahnrucke. What? Yo. Realistik. Der hat jetzt aber... Der hat jetzt aber... Naja. Der ist weg gewesen. Gerade links neben uns. Wer hat denn da gelacht? Da hat einer in der Musik gelacht. Er lacht mich aus. Was ist denn da? Das hört sich stark nach Skrillex an. Aber ich kenne das Lied nicht. Das ist ungewöhnlich. Aber... Vielleicht ist es ja auch nicht Skrillex. Guck, ich hätte gern Power. Das ist eh was zum Zerstören. Natürlich kriege ich... Dann Power, wenn ich gerade... Der Versuchung entwichen bin. Da Power machen zu wollen. Na toll, wieder eins verpasst. Okay, der Sound hat sich gerade ein wenig verändert von dem Auto. Es hört sich fast an, als hätten den Platten. Jetzt nicht mehr, komischerweise. Vielleicht war es auch die Musik. Bei Dubstep können ja öfters mal so... Geräusche kommen. Oh, schade. Nicht geschafft. Können wir noch Zweiter... Ne. Okay, Dritter haben wir schon mal. Aber das Auto ist nicht schlecht. Der gefällt mir. Okay, Eisenbahnbrücke, vernichte drei Fahrzeuge, 250 kmh. Nichts Neues. Wir sind immer noch ein Moloch. Ach, ihr könnt schon ein nächster. Ich bin aber jetzt gerade hier drin. Und... Möchte jetzt auch schon... Habe ich jetzt dieses Quietschelgelb... an einem Pickup gemacht? Oh, sieht ja nice aus. Naja, egal. So schlecht sieht das noch nicht mal aus. Boah, der ist echt nicht schlecht, der Wagen. Ich glaube, der hat die Stats alle so ein bisschen ausgeglichen. Boah, wir sind gleich schon erster. Und wegen, das ist schwer in einer Runde 11 Plätze aufzuholen, aber... Das einzige Problem ist halt nur... Das dann auch zu halten. Bam, ohne Power. Okay, erster sind wir. Hier links abfahren. Schön um die Kurve driften. Naja. Geht so mit schön. Na, ist einer genau hinter uns. Bam. Genau die Ecke noch erwischt. Noch sind wir... Nein, nein, überholen mich nicht, überholen mich nicht, überholen mich nicht. Ich weiß, dass gleich das Ziel kommt. Ich will das schaffen. Ich fahre... In der heutigen Aufnahme habe ich schon viel geschafft. Und viel ist nicht genug. Oh, komm schon. Gib mir doch Boost. Du bist doch genau davor. Naja, okay. Wenn ich erster bin, ist mir egal. Hauptsache erst. Wieso fahre ich dagegen? Das sah jetzt voll erniedrigend aus. Baum, baum, baum. Noch mal was Neues. Nein, nein. Nein. Hatten wir alles schon mal. Yo. Siehste, hätte man direkt das nächste gemacht, dann wäre das nicht so schön gelaufen. Zwei Runden, sieben, ja, Shindu Racing halt. Ich nehme mal, gibt es hier den schönen? Nein, hier gibt es gar keine Dollar-Autos. Der hat sich doch, wie ich in Erinnerung habe, nicht schlecht steuern lassen, ne? Ich merke mir die nicht an den Namen. Ich merke mir die am Aussehen. Ja, der war nicht schlecht, weil ich sehe die halt immer nur von hinten. Ich drücke nicht so oft hier drauf, ne? Huch. Deswegen drücke ich nämlich nicht so oft da drauf. Yeah! Das war jetzt sowas von schlecht. Ich bin stolz auf mich. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Bam! Sieben Stück noch in knapp eineinhalb Runden. Wird nicht leicht, aber schaffbar, glaube ich. Man muss sich nur gut anstellen. Das ist ja eigentlich meistens so. Wer gut sein will, darf nicht schlecht sein. So, das ist jetzt der Spruch des Monats. Alter. Wieso fahren die denn jetzt auf einmal alle so gut, bitte? Ach, und dann knubbeln sie sich auf einmal alle. Gruppen kuscheln! Okay, dritter sind wir erst. Okay, dritter sind wir erst. What the fuck? Wie, wir sind doch zweiter. Steht doch da oben. Dann haben wir wohl den dritten und den zweiten in einmal überholt. Wow. Das war die Stelle, wo wir gerade verkackt sind. Kann ich hier durch, kann ich hier durch? Ja, da durch die Wand kann ich natürlich nicht. Alter. Okay, da ist der erste. Nein, da kommt einer von links hinten, jetzt von rechts hinten. Äh, jetzt genau von hinten. Nein. Oh. Nein. Nicht so nice. Gar nicht nice. Oh, dritter geworden. Haben wir noch nie... Drei Runden? Loool. Drei Runden. Oh, dann haben wir ja noch was Zeit. Time enough. Alter. Ich regen die Gegner schon manchmal auf. Nicht nur, weil sie vor mir sind, sondern weil sie mich einfach mal aus den Kurven drängen. Die dreisten Bastarde. Jetzt aber. Letzte Runde. Bam. Schon gewundert, warum der hat da vorher nicht stand. Boah. 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 Das war jetzt aber echt nice. Das muss man mir lassen. Nein. Erst jetzt. Ey, was willst du denn, du? Erster werden Gibbett nicht. Nicht hier. Nicht bei mir, mein Freund. Boah. Ich fahr grad nicht schlecht. Eigenlob vor so bin. Bringt Unglück. Sollte ich nicht machen. Abergläubisch sein macht schon irgendwie ein bisschen Spaß, ne? Man hat sonst nichts zu tun im Leben, als ich irgendwelche dummen Schlussfolgerungen auf irgendwelche Ereignisse zu machen. Die keinerlei von Bedeutung sind. Aber es macht Spaß, an so eine Scheiße zu glauben. Er ist genau hinter mir. Ich hab grad das Licht gesehen und jetzt wird er uns überholen. Na super. Genau vom Ziel, oder? Komm, überhol uns doch. Ich hab gar nichts dagegen. Da ist nämlich das Ziel. Ich mag es ja noch nicht kurz vom Ziel überholt. Komm, mach doch. Soll ich abbremsen? Ich kann's halt. Ich hab jetzt schon drauf. Du hast ein neues Distrikt. City Center. Boah, wie viel wir hier freischalten und gar nicht machen. Dann. Vielen Dank.